Hallo ihr Lieben, heute sind wir bei dem zweiten Teil mit den Alkohol-Inkfarben. Ich wollte es ja gerne nochmal ausprobieren und werde es bestimmt auch öfter ausprobieren. Also ich kann es schon mal voll wegnehmen, ich liebe es. Und einfach dieses Spielen mit Farben und allem drum und dran, also dementsprechend finde ich es auf jeden Fall ganz toll und probiere es auf jeden Fall sehr, sehr gerne nochmal aus. Ich werde euch die Sets, beziehungsweise die Produkte, die ich jetzt nutze, einfach mal verlinken. Also ich habe die Alkohol-Inkfarben, das Jupo-Papier, dann habe ich noch so eine Blending-Solution, nennt sich das, wo eben auch Effekte mit passieren und habe dann einfach mit den Farben auf diesem Jupo-Papier, das ist so unglaublich glatt, also das sinkt nicht wirklich schnell ein, bis das trocknet, sondern das dauert einen Moment und man kann so ein bisschen noch damit die Effekte erzielen. Ihr seht schon, ich habe jetzt einfach mal das eine Set, wirklich nur dieses Set genommen und habe dann einfach mal die Farben genutzt und habe dann auch zum Teil die Blending-Solution mit drauf gemacht. Ich hoffe, man erkennt so ein bisschen, was ich mache, weil das ist natürlich immer schwierig. Ich habe noch nicht die optimale Kameraeinstellung, ich muss es unbedingt irgendwie, ich habe jetzt die nächsten Tage frei, ich hoffe, ich bekomme das zeitlich mal hin, einfach mal ein bisschen zu schauen, wie funktioniert es vielleicht am besten. Aber ich bin auf jeden Fall dran, also bitte, bitte noch ein bisschen Geduld, dass es vielleicht ein bisschen besser noch wird vom Zeigen her und ja. Ansonsten, ich nehme zum Verblenden bzw. Vermischen der Farben einen Strohhalm, weil sich das für mich halt ganz gut gemacht hat. Mit dem Föhn hat es bei mir ja beim letzten Mal nicht ganz so schön funktioniert, deswegen bin ich immer noch beim Strohhalm. Der Föhn war einfach, jetzt mal unabhängig davon, dass die Schnur vom Föhn bei mir recht kurz war, aber der Föhn ist nicht der optimalste dafür. Es ist mir teilweise alles weggeflogen, ich hatte also nicht die optimale Variante, wie ich es am besten mache und beim Strohhalm ist es wesentlich kontrollierter, das Ganze zu machen und für mich zumindest. Wie gesagt, probiert euch da auch gerne mal aus, das sind ja jetzt meine Erfahrungen, die ich euch immer gerne weitergebe. Auch die Entwicklungen, die ich halt bei bestimmten Basteleien halt mache, gebe ich euch da tatsächlich sehr, sehr gerne weiter und habe auf jeden Fall dieses Farbspiel sehr genossen. Ich habe ja auch noch andere Alkohol-Inkfarben, die ich hauptsächlich ja beim Epoxidharz nutze, aber hatte mir jetzt, wie gesagt, extra dafür dann eben diese geholt und da ist aber kein wirklicher Unterschied. Immer darauf achten, es riecht unglaublich nach Alkohol. Also damit müsst ihr rechnen, wer da sehr empfindlich ist, sollte das nicht tun, aber ansonsten, wie gesagt, ein unglaublich schönes Spiel der Farben und also ich finde es toll. Und habe dann auch noch ein zweites Bild gemacht, damit mit dem anderen Set, was mehr blau-lila lastig ist und ihr seht, ich habe jetzt gerade das Bild ein bisschen weiter nach unten gelegt, da sind so hellere Parts, wo dann die Blending-Solution mit drauf ist, wo dadurch die Farben so ein bisschen verdrängt werden. Da gibt es auch noch andere Flüssigkeiten, womit man zum Beispiel Dinge auch mit beeinflussen kann, dann die Farben. Die habe ich jetzt so nicht, aber ich werde mal schauen, vielleicht hole ich mir die auch noch, das muss ich nochmal schauen. Und ja, genau. Ansonsten erstmal zeige ich euch, wie ich es halt weiterhin mache und nebenbei erzähle ich schon mal, wenn euch mein Kanal gefällt, freue ich mich natürlich sehr über ein Abo. Ansonsten natürlich auch über einen Kommentar. Was braucht ihr, was wünscht ihr euch? Ich weiß, das sage ich aktuell in jedem Video, aber mir ist das halt auch wichtig, dass ich euch da die Dinge auch gerne so gut wie möglich auch weitergebe. Wenn ihr zum Beispiel Fragen habt, dann kann ich zum Beispiel bei einem nächsten Video dann darauf eingehen und habt dann da so ein bisschen auch eine Richtung, wo ihr vielleicht gerne noch was sehen wollt, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet. Also gerne, gerne schreiben, einen Kommentar, ansonsten auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Auch da freue ich mich tatsächlich sehr drauf und ich danke gerade sehr jedem Abonnenten, der bei mir jetzt auf dem Kanal ist. Das ist für mich so, so viel wert, gerade weil ich es ja wirklich nur aus dem Hobby heraus mache und nicht beruflich. Ich bin also kein Influencer, der da jetzt bewusst das so macht. Und ja, ihr seht, ich habe jetzt hier so ein bisschen anders gemacht. Vorher habe ich ja die Farben so nach und nach drauf gemacht und was ich jetzt nicht getan habe. Ich habe mehrere Farbpunkte gleich drauf gemacht und ich finde das Ergebnis wird dadurch nochmal ein bisschen anders. Klar, es sind andere Farben, aber es vermischt sich halt gleich nochmal ganz, ganz anders und finde das natürlich unglaublich toll. Ich hatte bei einer anderen YouTuberin, ich habe leider den Namen nicht mehr, das tut mir leid, sonst hätte ich gerne verlinkt, weil sie hatte das auch schon mal gemacht und da habe ich so ein bisschen die Idee auch her. Wenn ich sie noch finde, verlinke ich sie gerne da unten in der Infobox, aber ansonsten tut mir leid, ich habe leider den Namen vergessen. Und sie hat zum Beispiel dann auch noch mit Goldstiften gearbeitet und hat dort eben Blumen drauf gemacht und ich bin nicht der optimale Zeichner. Ich habe es bei dem einen Bild probiert, das werdet ihr auch noch sehen zum Schluss, aber optimal war es nicht. Ich habe dann auch ein Teil mit Blattgold versucht zu verzieren, auch das hat nicht ganz so schön funktioniert. Das, was für mich aber sehr gut funktioniert hat, war Freestyle-mäßig die Kanten von den jeweiligen Farben mitten im Goldstift gut zu unterstützen. Dann damit auch, ich hoffe, das war jetzt verständlich, ich habe ja noch die Goldstifte, Rosé-Gold, Silberstifte, wo ich halt auch die Ränder zum Beispiel bei dem Epoxy-Tarts-Untersetzern mitmache. Und das hat sich wirklich echt schön gemacht und fand ich halt auch sehr, sehr hilfreich für mich. Ich lasse die Bilder jetzt aktuell erst mal trocknen, weil sonst funktioniert es halt auch nicht ganz so. Und habe dann erst versucht, wie gesagt, mit den anderen Stiften. Es hat nicht so schön funktioniert, also das hat so ein bisschen das Bild jetzt ein bisschen kaputt gemacht. Es ist trotzdem noch schön, aber wie gesagt, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Man ist selber ja immer sehr, sehr unzufrieden mit dem Ganzen, wenn es nicht so funktioniert, wie man es gerne möchte. Ich habe in manchen Punkten einen Perfektionismus drin. Bei manchen Sachen bin ich halt doch ein bisschen relaxter. Aber wie gesagt, wenn es einem dann nicht ganz so schön gefällt, wie ich es mir vorgestellt habe, dann ist das natürlich immer sehr traurig. Aber wie gesagt, auch da probiere ich mich immer noch aus. Ich nehme euch da auch gerne immer weiterhin mit, weil ich glaube, dass das ein unglaublich schönes Hobby auch ist. Wer ja gerade so mit Farben spielt, das hat was von einer anderen Möglichkeit mit Aquarell. Auch da habe ich zum Beispiel jetzt gerade angefangen, mir Aquarell-Pinselstifte zu holen und bin da ein bisschen am Ausprobieren. Ich filme es mit, bin noch nicht 100% zufrieden. Wie gesagt, ich kann nicht wirklich malen. Ich bin da wirklich total untalentiert für. Was aber auch für mich vollkommen okay ist. Man muss nicht alles können, aber ich probiere es so unglaublich gerne aus. Also traut euch da auch sehr gerne. Und genau, hier umrande ich gerade die einzelnen Farben mit einem Goldstift und habe da so ein bisschen versucht, da auch eine Art Blume irgendwie rauszubekommen. Gerade weil es eben bei dieser anderen YouTuberin dort so auch gemacht wurde. Sie das wirklich sehr, sehr schön gemacht hat. Und habe dann aber, wie gesagt, für mich festgestellt, so ganz schön ist es bei mir nicht geworden. Und habe es dann eben auch nochmal mit einem dunkleren Stift probiert, was auch, ja, was leider auch nicht so funktioniert hat. Aber, ja, ist einfach noch ein sehr viel Ausprobieren von meiner Seite her. Und ich zeige es euch natürlich auch sehr gerne einfach. Man lernt ja eben auch aus den Sachen, die jemand anders macht. Ob er sie gut oder schlecht macht, ist ja immer dann eine Sache. Und dementsprechend nehme ich euch da sehr, sehr gerne immer mit und zeige euch das dann auch sehr gerne. Und genau. Ich habe auch schon ganz viele Ideen, was ich eben halt noch so ausprobiere. Beziehungsweise was ich auch gerne immer noch weitermache. Aber, wie gesagt, das mit dem Alkohol-Ink ist für mich halt auch etwas ganz, ganz Schönes, was ich sehr gerne auch weitermachen werde und vielleicht dann auch immer, immer besser werde und die Kontrolle mehr und mehr behalte. So, und hier seht ihr, versuche ich es jetzt mit dem Blattgold so ein bisschen. Das Blattgold ist nicht immer ganz mein bester Freund, aber ich fand die Vorstellung gerade in dieser Farbkamee sehr, sehr schön. Ich glaube, mit dem Blattgold selbst muss ich nochmal ein kleines bisschen üben. Da habe ich aber auch beim Epoxidharz so ein bisschen Probleme mit. Was aber auch dem geschuldet ist, dieses, dieser Becher ist einfach so voll. Also, wer diesen Becher, ich habe den bei Amazon gekauft, in Gelbgold, Silber und Roségold. Und der ist so mega. Ich glaube, damit hat man sein Leben lang ausgesorgt, was das Blattgold angeht und ist mega. Also, ich habe es probiert und bin da so ein bisschen dann eben auch so ein bisschen enttäuscht gewesen. Aber ich zeige euch gleich nochmal die Endergebnisse. So, hier seht ihr einmal das noch relativ jungfräuliche Bild, wo ich noch nicht weiter dran war. Dann haben wir noch eine Variante, wo ich ja mit dem Gold dran war. Und aber das zweite Bild, was ich für mich persönlich viel, viel schöner finde, auch mit dem Glattgold. Auch da bin ich an den Rändern nochmal mit dem Stift drangegangen. Und also, ich persönlich finde es wirklich schön und werde es auf jeden Fall nochmal machen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal einen wunderschönen Sonntag. Und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Und erstmal eine wunderschöne Woche. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis dann.해주 書f. Vielen Dank.